Teambuilding Der X-Libris-Ansatz Einleitung In diesem Abschnitt werden der Ansatz zum Teambuilding und die Aktivitäten innerhalb des X-Libris-Projektes vorgestellt. Der X-Libris-Ansatz versucht, aus Gruppen von Individuen, die für eine kurze Zeit zusammenkommen, um gemeinsam Bibliotheksdienstleistungen zu entwickeln, ein bestmögliches Team zu schaffen. Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, zu verstehen, wer am besten in einem Team zusammenarbeiten kann. Die Ziele der Teambuildung-Aktivitäten sind Einblicke in die Charaktere und Profile der Individuen erhalten Den Wert des Zuhörens erkennen Den Wert sorgfältiger Beobachtung erkennen Persönliche Unterschiede und ihre Bedeutung für ein Team erkennen Die Bedeutung von Kommunikation und Empathie erkennen Für die Durchführung können viele Aktivitäten genutzt werden, zum Beispiel Fotowand Ein Modell über sich selbst bauen Übereinstimmungsspiel Übungen zur Vielfalt Wahrnehmungsübung Eine Ente bauen Beobachtungsgabe Übung linke vs. rechte Gehirnhälfte Die Fotowand Das Ziel der Fotowand-Aktivität ist es, dass sich die Teilnehmer schnell kennenlernen und so Verbindungen aufbauen Benötigte Materialien Große Papierrolle Polaroid-Kamera Bunte Post-its Und Farbstifte Die Aufgabe des Trainers ist es, Fotos zu machen und die Erwartungen zu erklären Die Aktivität dauert 10-15 Minuten Die Teilnehmer werden in den Raum gebeten Von jedem Teilnehmer wird ein Polaroid-Foto gemacht Sie erhalten ihr Foto, Post-its und Stifte Sie sollen nun einige Informationen über sich in Schlüsselbegriffen auf Post-its schreiben Zum Beispiel, wer sie sind oder wie sie sich fühlen Die Teilnehmer gestalten nun eine Ecke über sich selbst auf der Papierrolle Jeder Teilnehmer klebt sein Foto und seine persönlichen Post-its in seine Ecke Nachdem jeder Teilnehmer dies gemacht hat, sollen sie Verbindungen zu anderen Teilnehmern, die sie bereits kennen oder im Laufe des Workshops kennengelernt haben, mit Pfeilen darstellen Sobald alle Verbindungen dargestellt sind, können die Teilnehmer über sich und ihre Verbindungen zu anderen Teilnehmern erzählen Tipps Diese Aktivität dauert meistens länger als ursprünglich geplant und erwartet Die Teilnehmer benötigen klare Anweisungen Sie haben manchmal Schwierigkeiten damit herauszufinden, was sie auf die Post-its schreiben sollen Und wie sie sich mit einfachen Schlüsselbegriffen ausdrücken Es ist nützlich, vor dem Workshop bereits einige Beispiele auf die Papierrolle zu schreiben So können die Teilnehmer den Beispielen folgen Außerdem ist auch diese Weise das Zeitmanagement einfacher zu handhaben Ein Modell über sich selbst bauen Die Aktivität des Modells über sich selbst bauen mit Lego soll dazu dienen, mehr Informationen über jeden Teilnehmer zu erhalten Materialien sind verschiedene Lego-Steine Die Aufgabe des Trainers ist es, die Erwartungen zu erklären Die Aktivität dauert 10 bis 15 Minuten Die Teilnehmer sollen aus Lego ein Modell von sich selbst bauen Nach Beendigung spricht jeder Teilnehmer über sein Modell Wenn Sie über Ihre Modelle sprechen, geben Sie neue Informationen von sich preis Die Sie vorher noch nicht erwähnt hatten Tipps Es ist sinnvoll zu Beginn dieser Aktivität eine ungefähre Dauer anzugeben Es kann länger als erwartet dauern, da einige Teilnehmer möglicherweise noch keine Erfahrungen mit Lego haben Für die Teilnehmer ohne Erfahrungen mit Lego dauert es länger, bis sie sich an die Steine gewöhnt haben und sich schneller verbinden können Dies ist jedoch ein guter Anfang, um sich mit Lego Series Play vertraut zu machen Die Aktivität liefert wichtige Informationen für das Teambuilding Das Übereinstimmungsspiel Das Ziel dieser Aktivität ist es, den Wert von Zusammenarbeit, Kommunikation und Mitgestaltung zu verstehen Als Materialien benötigt man Lego-Steine in acht verschiedenen Farben und einen großen Tisch, der von allen Seiten zugänglich ist Die Aufgabe des Trainers ist es, die Regeln zu erklären und Anmerkungen dazu zu machen, warum diese Aktivität wichtig ist Wie sie die Teamarbeit beeinflusst und falls dies zutrifft, warum die Aufgabe nicht erfüllt wurde Die Aktivität dauert 10 bis 15 Minuten Für diese Aktivität sind zwölf Teilnehmer notwendig Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer kann es auch mehr als eine Gruppe geben Oder ein Mitspieler hat mehr als eine Aufgabe Ziel ist es, ein Gebäude mit Lego-Steinen zu bauen Jeder Spieler erhält eine geheime Mission, um das Ziel zu erreichen, wie beispielsweise eine bestimmte Schicht bauen Eine Schicht in einer bestimmten Farbe bauen oder mit einer bestimmten Anzahl an Steinen Ein Spieler hat die Rolle des Beobachters Alle Anweisungen werden auf kleinen Zettel geschrieben und keiner kennt die Mission der anderen Die Spieler dürfen nicht miteinander sprechen Das Spiel beginnt Nach den ersten 5 bis 8 Minuten stoppt der Trainer das Spiel und fragt den Beobachter, was passiert ist Der Trainer fragt die Gruppe, wer seine Mission beendet hat und alle zusammen analysieren eine oder zwei Missionen Mit diesem neuen Wissen, dass jeder Spieler eine andere Mission hat, können die Spieler ein zweites Spiel starten Und noch einmal für 5 bis 10 Minuten spielen Diese zweite Phase dient dazu herauszufinden, wie die Spieler ohne zu sprechen kommunizieren Dann stoppt der Trainer das Spiel erneut und reflektiert darüber Die Hauptbotschaft ist es, ein Team zu bauen und kein Gebäude Und dies ist ohne Kommunikation und Zusammenarbeit nicht möglich Hier sind die Anweisungen für die Spieler Wie deutlich zu sehen ist, hat jeder Spieler eine eigene Mission Und das ist ein Team von der Mitarbeiterinnen und Kollegen Tipps Wenn Sie die Spielanleitung übersetzen, müssen Sie darauf achten, dass diese korrekt übersetzt und klar formuliert ist. Stellen Sie sicher, dass die Spieler verstehen, dass sie sich nicht unterhalten dürfen. Stellen Sie sicher, dass die Spieler verstehen, dass sie ihre Missionen den anderen nicht zeigen dürfen. Erklären Sie deutlich, was im ersten Versuch falsch gelaufen ist. Beobachten Sie die Spieler genau, um mehr Informationen über ihre Fertigkeiten und ihre Teamarbeitsfähigkeiten zu erfahren. Sprechen Sie nach dem zweiten Durchgang über die Erkenntnisse. Übungen zur Vielfalt Ziel dieser Übung ist es, die Vielfalt bei Menschen zu zeigen, wie sie Dinge wahrnehmen, beobachten oder tun. Je nach Übung können die Materialien Bilder, Videos oder Legosteine sein. Außerdem wird ein Computer und ein Beamer benötigt. Der Trainer zeigt ein Bild oder spielt ein Video ab und fragt die Teilnehmer nach ihren Wahrnehmungen. Die Aktivität dauert maximal 5 Minuten. Wahrnehmungsübung Die Teilnehmer bekommen Illusionsbilder, wie einen Hasen oder eine Ente gezeigt, und sollen dann erklären, was sie sehen. Die Teilnehmer sehen unterschiedliche Dinge, verschiedene Formen oder Worte. Manche können beides sehen. Es ist gut, diese Teilnehmer zu mischen, wenn man ein Team aufbaut. Eine Ente bauen Alle Teilnehmer erhalten die exakt gleiche Anzahl und Art von Legosteinen. Sie sollen nun eine Ente aus allen Teilen bauen. Hierfür bekommen sie ein Zeitlimit, nicht mehr als ein paar Minuten. Sie arbeiten allein. Am Ende werden alle Enten verglichen, um die Unterschiede zu erkennen. Beobachtungsgabe Die Teilnehmer sehen sich das Video Houdanit, wer war's? über eine Mordermittlung an. Im Laufe des Videos werden 21 Dinge an der Kulisse verändert. Zum Beispiel Klamotten, Gegenstände oder auch Personen. Die Teilnehmer sollen sich das Video sorgfältig ansehen. Am Ende werden sie gefragt, ob sie 21 Veränderungen feststellen konnten. Normalerweise fallen einer oder zwei Personen eine oder zwei Veränderungen auf. Dann können die Teilnehmer den Film noch einmal ansehen, mit dem Wissen, dass sich Dinge verändern. Beim zweiten Mal fallen ihnen mehr Veränderungen auf, aber nicht alle. Anschließend wird über die Erkenntnisse aus dieser Übung gesprochen. Es ist einfach, etwas zu übersehen oder nicht wahrzunehmen, worauf man nicht achtet. Und Menschen können unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Sehen Sie sich nun Houdanit, wer war's? an und testen Sie Ihre Beobachtungsgabe. Das Video ist in englischer Sprache. Übung Linke vs. Rechte Gehirnhälfte Den Teilnehmern wird ein Video über die Unterschiede von Menschen mit Dominanz der linken oder rechten Gehirnhälfte gezeigt. Sie testen sich selbst und ziehen Schlussfolgerungen über sich selbst. Sie bekommen eine klare Vorstellung darüber, wie komplementär Menschen mit Dominanz der linken und der rechten Gehirnhälfte sind. Der Fokus liegt auf dem Teambuilding. Ist bei Ihnen die linke oder die rechte Hirnhälfte dominant? Sie können sich selbst testen, indem Sie dieses Video in englischer Sprache ansehen. Nützliche Hinweise Planen Sie nur wenig Zeit für die Übungen zur Vielfalt ein und achten Sie darauf, dass die Teilnehmer nicht zusammenarbeiten. Sonst können Sie sich gegenseitig beeinflussen. Beim Video zur Beobachtungsgabe erwähnen Sie nicht vorher, dass sich Dinge verändern. Achten Sie bei jeder Aufgabe auf Vielfalt. Betonen Sie die Bedeutung der individuellen Unterschiede beim Teambuilding und setzen Sie die Teams angemessen zusammen. Gehirnhalt